Reef ist tot, lang lebe Reanimator. Ja, für all die Leute da draußen, die sich damals das Rescaminate Deck geholt haben oder sehr große Liebe für Reanimator haben, habe ich heute ein Deck Tag, ihr habt es angeklickt, ihr wisst, was sich heute auf euch zukommt, UB Reanimator. Wir haben eine Menge neue Tools bekommen, eine Menge coole Sachen, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und beginnen tun wir da mit der Landbase, wie immer. Wir haben vier Polluted Deltas. Wir haben hier und zapp, zapp. Polluted Delta ist Fetchland, das heißt, man kann Stappen opfern, sich eine Insel und einen Sumpf raussuchen. Wir haben nur blau-schwarz Länder drin, dementsprechend sehr, sehr gut und sehr wichtig. Dazu haben wir noch zwei weitere Blau-Irgendwas-Fetchs. Das ist wichtig, weil diese Blau-Irgendwas-Fetchs machen halt einfach, dass ihr blaues Mana finden könnt. Und mit Blau können wir sehr viel mehr anfangen wie mit Schwarz. Mit Schwarz sind alle unsere Win-Optionen und mit Blau finden wir unsere Win-Optionen. Dementsprechend, ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die hier einen Split gemacht haben mit einem Blau-Fetch, einem Schwarz-Fetch. Also irgendwie ein Bloodstained Maya und ein Misty Rainforest oder so. Was mir auch ganz cool ist, ist tatsächlich, wenn wir ein Bloodstained Maya spielen, dass die Leute dann denken, man spielt manchmal Schwarz-Rot. Und das ist ziemlich smart und Trick 17. So, dann vier Underground Seas. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, euer Geldbeutel hasst sie. Es ist einfach ein Land, das tappen kann für blaues oder schwarzes Mana. Und es gilt für beides, Sumpf und Insel. Das heißt, man kann es auch mit Fettstallen raussuchen. Ohne Drawback, sehr teuer, leider Gottes. Aber auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark. Dann ein Under-City-Sewer. Auch sehr teuer geworden. Nicht so teuer wie das andere, aber ist auch schon recht teuer. Under-City-Sewer ist ein Island bzw. Swamp, also können wir uns auch fetschen. Kommt getappt ins Spiel und wirst du wählen eins. Das heißt, wir können die Oberstekarte-Stacks anschauen. Und wenn wir wollen, können wir die dann in den Friedhof legen. Das ist mega mächtig. Im Re-Animator, ich habe schon einen dicken Fatty damit in den Friedhof gelegt und einfach dann gewonnen. Und das war sehr cool, dementsprechend sehr, sehr, sehr gute Karte. Dann, ich lege die mal nebeneinander. Eine Sumpf, ein Insel. Ja, ich nutze diese Länder. Die sind cool. Die erklären euch genau, wie Länder funktionieren. Für die Leute, die es nicht wissen. Und dann spiele ich noch mit drei Wastelands. In diesem Fall können wir es eben tappen, opfern und eine Nicht-Basic-Land zerstören. Sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr wichtig. Manchmal gegen andere komische Land-Decks. Und wir hatten den Platz, warum nicht ein paar Wastelands spielen. Gerade auch, weil wir in Blau auch Counterspells spielen, die damit relevant sind. Bleiben wir bei Blau. Vier Brainstorms. Natürlich Brainstorm. Drei Karten ziehen, zwei wieder obendrauf liegen. In diesem Deck besonders wichtig. Komme ich gleich zu. Dann vier Ponder. Ponder einfach nur der beste nächste Brainstorm. Man guckt sich halt drei Karten an. Darfst die bliebige Rennfolge wieder hinlegen. Danach ne Karte ziehen. Oder das Deck mischen und dann ne Karte ziehen. Sehr, sehr mächtig. Und dementsprechend gehören die beiden Karten einfach zusammen wie Pech und Schwefel. Genauso gehören sehr oft zusammen Dace. Und zwar Mannerspell, deren Zauberkontakt ist seine Beherrscherzeit ein Mana mehr. Weil damit kann man den Gegner sehr oft gerade erwischen. Er denkt halt, oh, ich nutze mein Mana so effizient, wie ich nur irgendwie kann. Tja. Get daced. Und ja, ansonsten kann man auch ne Insel zurück auf die Hand nehmen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Was sehr, sehr, sehr gut ist. Wirklich gut. Und zwar so, dass man die Leute sich beschweren. Wenn man dann noch so was wie Wasteland spielt, um den Gegner noch zusätzliche Länder wegzunehmen, hat er vielleicht nicht das Mana zum Bezahlen. Dementsprechend Dace sehr, sehr gut. Und da darf natürlich auch nicht fehlen. Der Big Daddy for the Phil. Fünf Mana. Wir kontern einen Zauber. Und statt die Mana-Kosten bezahlen, können wir auch ne Blau-Hand von der Hand removen und Leben bezahlen. Sehr, sehr mächtiger Counterspell. Und für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig auch unser größter Feind. Und dann kommen wir zu den schwarzen Zaubern. Schwarz haben wir einen aktuell der wichtigsten Zauber, die wir aktuell spielen könnten. Fadal Push. Fadal Push ist einer der wichtigsten Zauber, weil aktuell so viele zwei Mana oder weniger Kreaturen rumlaufen. Und wenn wir eine Karte vom Feld auf den Friedhof gegangen ist, beziehungsweise das Spielfeld verlassen hat, dann können wir sogar eine mit vier oder mehr zerstören. Zweimal Mainboard. Aus dem Urteil heraus, dass wir halt sehr oft down geaggot werden. Oder kleine nervige Flieger, wie zum Beispiel Bayfold Strix, uns im Weg hängen. Und dementsprechend Fadal Push, sehr gute, sehr wichtige Karte. Aber tatsächlich nicht alleine. Denn Fadal Push und auch diese Karte hier, Thoughtseize, sind die beiden Karten, die den Slot eingenommen haben, des Griefs. Beziehungsweise Fadal Push hat man am Ende auch noch gespielt. Dementsprechend sind es noch zwei andere Kreaturen, die den Slot so ein bisschen eingenommen haben. Aber so oder so, hier ist die Erinnerung an Grief drin. Für ein schwarzes Mana, wir wählen Spieler aus. Es können auch wir selber sein, das ist sehr wichtig. Und wir können nicht dann Karte von der Hand wählen und diese abwerfen und wir verlieren zwei Leben. Es gab die Version mit Rot-Schwarz, die das tatsächlich mit sehr viel mehr Discard gespielt haben. Die haben dann auch noch Unmask gespielt. Das brauchen wir nicht. Wir haben vor so viel, was praktisch ein andersrum funktionierendes Unmask ist. Dementsprechend ganz sweet. So, dann, wie immer im Reanimator, 4 Entomb. Wir suchen uns irgendeine Karte aus dem Deck und legen sie in den Friedhof. Mächtig, mächtig bis zum Gehschmeer. Wir suchen uns eine geile, dicke Kreatur raus und bringen sie mit Reanimate zum Beispiel wieder. Für ein schwarzes Mana legen wir eine Kreaturenkarte, die wir kontrollieren uns aus irgendeinem Friedhof. Oder unsere Kontrolle in Spielen verlieren Lebenspunkte der Mana-Kosten. Das habe ich schon mit dem Gegner gemacht. So ein Nether-Golf beim Gegner. Ganz, ganz nett. Oder halt unsere eigenen Fettis und unsere eigenen coolen Kreaturen. Ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen, muss ich einfach sagen. Weil man verliert halt eine Menge Leben mit diesem Deck. Aber, naja, man hat auch eine dicke Kreatur. Das ist ganz nett. Womit man kein Leben verliert, ist zweimal Animated. Animated, ein zweimaler Enchantment, womit wir eine Kreaturenkarte aus irgendeinem Friedhof enchanten können. Sie unter unserer Kontrolle ins Spiel bringen können. Diese Kreatur hat minus eins, minus null. Bleibt aber unsere Kontrolle, solange dieses Enchantment drauf liegt. Und dieses Enchantment bleibt natürlich so lange drauf, wie die Kreatur da ist. Dementsprechend auch hier ein weiterer Reanimate-Spell. Wir haben aktuell, zumindest als Spells, nur sechs Reanimate-Spells drin. Das ist wenig. Und ich zeige euch gleich, warum. Zuallererst möchten wir den Boogieman im Raum ansprechen. Und zwar Psychic Frog. Ein schwarzes, ein blaues 1-2. Wenn der im Gegner Schaden zufügt, Combat-Schaden, dürfen wir eine Karte ziehen. Egal ob Player oder Planeswalker. Was broken as fuck ist. Und wir können eine Karte abwerfen, um den plus eins, plus eins zu geben. Wichtig, tatsächlich. Denn manchmal haben wir irgendwelche geilen, fetten Kreaturen auf der Hand und möchten die in den Friedhof haben. Und die können wir dann einfach in den Frog werfen. Gleichzeitig können wir drei Karten aus den Friedhof exilen, um den fliegen zu geben. Auch das, ganz nett. Passiert in diesem Deck eher selten, aber ist ganz nett. So, jetzt gibt es verschiedene Versionen von UB Reanimator. Es gibt diesen Tempo-Quatsch. Wo man irgendwelche Nether-Golfs, Tamio und so einen Quatsch spielt. Das ist die mir Tempo. Meiner Meinung nach, da braucht man den Reanimator-Shit nicht drin. Man kann einfach die mir Tempo spielen. Dementsprechend spiele ich das nicht. Und zeige euch in zwei Wochen einfach das Gegenstück. Das die mir Tempo. Und der Grund, weshalb ich finde, das sind zwei verschiedene Decks. Und es gehört nicht zusammen in ein Deck gesmashed. Was ich getan habe, ist, ich habe mich mehr auf den Combo-Piece verlassen. Ich spiele drei Metamorphos Phanatic. Sechs Mana, vier vier Lifelink mit Miracle. Und das bedeutet, wenn wir den als erste Karte in den Zug ziehen, können wir den zur Zwei-Mana-Staffel-Sechs-Mana spielen. Und wenn das Spiel verkommt, nehmen wir uns eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof. Deming-Spiel und die Kreatur kriegt einen Lifelink-Counter. Insane mächtige Karte. Gerade auch, weil er nicht Legendary ist. Heißt, wenn wir davon zwei haben, einer im Friedhof, einer im Feld, können wir mit ihm ihn rufen und mit ihm dann irgendwas anderes holen. Das ist eine Kette. Das ist insane gut. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich an den Reanimator-Spells ein bisschen runtergegangen bin. Spannend ist auch, dass man das mit Brainstorm, diese Karte oben aufs Deck legen kann, um damit den Miracle-Spell zu triggern. Und manchmal trifft man halt random per Miracle so einen Typen und hat halt dann einfach einen Reanimator-Spell. Und wenn er durchkommt, hat man nicht nur eine geile Kreatur, sondern auch noch einen 4-4-Lifelinker, was einfach sehr, sehr, sehr mächtig ist. Und wenn der Gegner den Count hat, übrigens, ganz witzig, wenn der Gegner den Count hat, findet man den Nächsten irgendwann oder reanimatet ihn, um damit eine andere Kreatur zu reanimaten. Das ist einfach, es ist so insane gut. Der ist so insane gut. So, kommen wir kurz zu dem, was wir reanimaten wollen. Wir haben vier Trolle von Khazadun natürlich drin. Sechs Mana, sechs, fünf. Muss von drei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und für einen Mana kann man den Spomb cyclen. Sehr mächtige Karte, wenn man den Turn 1 cycelt, Turn 2 Kram macht, wie den Frog spielt und Turn 3 einen Phanatic spielt, um damit dann einen Troll wiederzuholen. Die beiden am Feld, er mit einer Live-Link-Marke, das ist insane gut. Wirklich insane gut. Habe ich auf dem Turnier schon gehabt. Ich bin 4-0 bei uns im FNM gegangen, damit easy 4-0 gegangen. Sorry für meine Gegner. Ihr habt alle ganz großartig gespielt, aber das Deck ist eine Bombe. Dann haben wir noch drei One-Offs. Ein weiteres Reanimation-Target, der Archon of Cruelty natürlich. Acht Mana, sechs, sechs fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, muss der Heter eine Kreatur opfern, eine Handkarte abwerfen und verliert drei Leben. Und wir ziehen eine Karte und kriegen drei Leben. Sehr mächtig. Dann ein One-Off Atraxa, Grand Unifier. Einfach nur, weil sie als Sieben-Manner, Sieben-Siebener, Fliegen-Death-Touch, Live-Link, Wassermkeit und bis zu, ich glaube, sechs Karten in diesem Deck ziehen kann. Einfach eine insane gute Karte ist. Deswegen sehr, sehr mächtig. Und zu guter Letzt als One-Off, nicht ganz ein Reanimation-Target, aber eine gute Karte, die man nicht vergessen darf. Brazen Burrower. Das ist die Mainboard-Liste. Gucken wir uns das Sideboard an, bevor wir in den Deck-Talk gehen. Und ich kann euch versprechen, der Deck-Talk ist dieses Mal wieder sehr, sehr, sehr spicy. Im Sideboard beginnen wir erstmal mit alten Bekannten. Fatal Push. Es laufen aktuell, wie gesagt, Aggro-Decks rum. Sie sind sehr, sehr stark. Und die Gegner können auch mit Psychic Frog sehr viel Stress machen. Und Psychic Frog, darum dreht sich aktuell vieles. Das heißt, die Leute, die so ein bisschen geschädigt davon sind, dass sie in Grief gebannt wird. Psychic Frog ist auf jeden Fall auf irgendeiner Watchliste von irgendwem bei Wizards. Das kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Der ist ein sehr, sehr, sehr potenzieller Bann, weil er aktuell sehr viel rumgeweiht wird über ihn. Ich persönlich finde ihn fein. Es ist ähnlich wie bei dem Bowmaster, den ich auch vollkommen fein für Legacy finde. Und ich finde, der Frog muss erstmal seinen Weg finden. Und ich hoffe, dass sie nicht den White Plum Adventurer Weg gehen. White Plum did nothing wrong. Und den einfach bannen, weil zu viele Leute auf Reddit oder, Entschuldigung, Twitter und X darauf so hart haten. Ganz, ganz schlimm. Ja, aber trotzdem. Fatal Push aktuell sehr, sehr gut gegen eben zum Beispiel Frog. Dann haben wir auch noch den zweiten Brazen Borrower. Sollte der Gegner dicke Kreaturen haben. Egal ob Show & Tell, Natural Order oder ein dicker Merc Tide Regent. Damit kann man sie auf die Hand bouncen und das ist sehr, sehr gut. So, dann Consigned to Memory. Übrigens hier auch ganz gut gegen sowas wie Layline of the Void. Natürlich, Layline of the Void in der Griffshade. Consigned to Memory. Damit kann man eine Triggered Ability oder Colorless Spells counteren. Sehr, sehr gut gegen Artefakt Decks. Sehr, sehr gut gegen Decks, die mit irgendwelchen Triggern hantieren. Sehr, sehr gut gegen natürlich Eldrasi. Und Eldrasi ist nun mal eins der Top Decks. Und dementsprechend kann man die dann sehr, sehr gut reinnehmen. Man kann damit auch so eine Traxa ETB und so weiter auch stifeln. Also consignen. Und das ist auch im Mirror gar nicht mal so unverkehrt. Dementsprechend kann man die auf jeden Fall mal spielen. Dann gegen bessere Combo Decks. Zweimal Force of Negation. Wir counteren nicht Kreaturenzauber und der wird exiled. Und auch den können wir für eine blaue Handkarte im Gegnerzug spielen. Statt die meiner Kosten zu bezahlen. Megakarte. Wirklich Megakarte. Ist eine sehr, sehr gute Karte. Kann ich nur empfehlen gegen weitere Combo Matchups. Dann gegen Lands Matchups spielen wir zwei Harbringer of the Seas. Bei uns wird er liebevoll Floodmoon genannt. Also nicht Bloodmoon, sondern Floodmoon. Und den Namen finde ich sehr, sehr cool. Dementsprechend behalte ich mal den Floodmoon. Und der Floodmoon ist halt einfach sehr, sehr stark gegen sehr, sehr viele Länderdecks. Und wie ich schon sagte, blau ist schon wichtiger als schwarz. Aber wenn man ihn vorher hat zu spielen, kann man natürlich auch ein schwarzes Land vorher fetchen. Und manchmal haut es den Gegner wirklich um. Dementsprechend sehr, sehr gute Karte. Dann ein bisschen Graveshot Hate. Zweimal Fairy Macabre. Man kann sie diskaten, um zwei Karten aus dem Friedhof rauszunehmen. Aktuell sehr, sehr, sehr wichtig, dass es nicht Counter bei ist. Man kann es zwar consignen oder stifeln, aber man kann es halt nicht countern. Direkt mit einem Counter-Target Spell. Und dementsprechend spielt man aktuell zwei davon, was nicht schlecht ist. Und man kann sie reanimaten. Das ist im Reanimate Deck nie unrelevant. Es ist immer relevant, dass ein 2-2-Flieger gereanimatet werden kann. Immer dran denken. Als weitere Graveshot Hate-Karte Unlicensed Hearth. Ein Mana tappen, wir exilen zwei Karten aus dem Friedhof. Und er hat Base-Power, gleich der Karten, die wir exiled haben. Graveshot Hate-Karte, gerade gegen so Grinddecks, die viel mit Graveshot arbeiten. Sehr, sehr gut, um irgendwie so ein Delver of Secrets, um irgendwie so ein Dragon Rage Channel an Schacht zu halten. Und dementsprechend, ja, eine gute Karte. Wirklich eine gute Karte. So, dann als vorletzte Karte. The Filigree Silex. The Filigree Silex. Zwei Mana Artefakt, legendäres Artefakt. Tappen, man legt eine Oil-Marke da drauf. Man kann es tappen, opfern, um jede nicht-land-permanente mit Mana-Value gleich der Oil-Marken darauf zu zerstören. Oder man kann die Tappen zehn Oil-Marken entfernen, generell von Permanenten, die man kontrolliert, und das Ding opfern, um zehn Schaden auf irgendein Target zu schießen. Das passiert nicht häufig. Das passiert wirklich nicht häufig. Warum ich Filigree Silex spiele, vor allem über sowas wie Powderkeg. Das sind so zwei Karten, die fast das Gleiche tun, aber ganz kleinen Unterschied haben. Und das ist unter anderem das, dass Silex eben auch Verzauberungen zerstört. Dafür eben keine Artefakt-Land, weil es halt Non-Lander sind. Und das ist der große Unterschied zwischen Powderkeg und Silex, beziehungsweise Ratchet-Bomb. Ja, finde ich gut, finde ich wichtig gegen sowas wie Verzauberungen, Enchantments, Chalice of the Void oder anderen komischen Kram. Sehr, sehr gutes Ding, dementsprechend als One of the Sideboard. Und dann, wenn wir mal ehrlich sein wollen, einen ehrlichen Weg gehen wollen, spielen wir zwei Burrogolves. Golf ist back in dem Meter. Nicht Tamogolf und in diesem Fall auch nicht Nethergolf. Wie gesagt, Nethergolf gehört in ein anderes Deck, nicht in dieses Deck. Meiner Meinung nach. Das Tempo-Deck, ich muss euch das Tempo-Deck unbedingt mal zeigen. Und ja, Burrogolf, megamächtige Karte, kriegt plus 1, plus 0, kriegt plus 1, plus 1 für jede Karte in Karten, für jeden Kartentyp. Kriegt plus 1, plus 1 für jeden Kartentyp in allen Friedhöfen, was halt locker mal 8, 9 oder so sein kann. Meistens ist es so 6, 7 um den Dreh rum. Und wenn er Schaden zugefügt an dem Spieler, bilden wir so viele Karten, wie wir Schaden zugefügt haben. Und können eine Kreaturenkarte davon zurück auf die Hand nehmen. Wichtig dabei, wir können eben auch so wunderbare Karten wie unseren Reanimate Creature zurück auf die Hand nehmen. Und das ist sehr, sehr mächtig. Und dementsprechend einfach gut. Und wir müssen keine Kreatur zurück auf die Hand nehmen. Dementsprechend auch sehr cool, sich selber zu müllen. Wichtig ist, er hat DevTouch und Lifelink. Lifelink ist sowieso so mächtig in diesem Deck. Und ja, dementsprechend ist das aktuell so das Sideboard mit den ehrlichen Golfs. Die ehrlichen Golfs! Und ja, gehen wir mal in den Deck-Talk. Das Deck ist einfach so insane. Es ist immer noch das meistgespielte Deck in Legacy. Das beste Format von Magic the Gathering. Und das unter anderem einfach nur, weil die Kombination aus Anthrop Reanimate so strong ist. Wirklich so strong. Man muss immer damit rechnen, Turn 2, so ein Arken of Cruelty, ins Gesicht zu bekommen. Und diese mächtige Waffe, dass man dieses Anthrop Reanimate mit dicken, guten Kreaturen hat, ist halt insane. Und das ist halt schon seit Jahren und Jahrzehnten. Solange ich Legacy spiele und ich habe Legacy gespielt, da war es gerade von Tier 1,5 umbenannt worden. Das ist also 2004 rum, habe ich angefangen, Legacy zu spielen. Das ist 20 Jahre her. Seitdem ist Anthrop Reanimate etwas. Ein Ding. Und zwar so weit, dass man Anthrop irgendwann mal gebannt und wieder entbannt hatte. Und so ein Kram halt, weil es so strong war. Dementsprechend insane, insane gut. Dazu kommt, dass man jetzt gerade mit Psychic Frog die nächste brokene Karte in Legacy spielen darf. Nachdem man ja vorher den Grief und Reanimate gespielt hat, kann man jetzt den Psychic Frog spielen. Der eben, wie gesagt, die nächste brokene Karte ist. Gerade wenn man jetzt sich überlegt, okay, Interaktionen, die aufkommen, die bei mir passiert sind. Ich habe einen Psychic Frog im Feld, ich habe einen Archon of Cruelty in der Hand und ich drehe diesen Miracle Spell um. Dann setze ich den Miracle Spell Trigger auf den Stack, discarde mit dem Psychic Frog den Archon, während diese Karte dann resolved. Und mit ihm kriege ich den Archon ins Spiel. Das Ganze kann man halt so Turn 3 passieren lassen. Muss ich mehr sagen. Dieser Fanatic, vor allem der hat ja noch Lifelink, mega broken, ja. Dieser Fanatic ist der Wahnsinn. Er ist meiner Meinung nach, die meisten Leute feiern ja das rot-schwarze Deck. Meiner Meinung nach ist dieses Esper Deck das coolste Deck, was wir haben in Duskmon. Und Duskmon ist sonst nicht so stark. Aber dieses Deck mit diesem Fanatic, oh mein Gott, ist das gut. Das ist so gut. Dazu sowas wie Barrow Golf, dass man eben trotzdem noch diese Midrange-Schiene fahren kann. Leute haben so Angst vor Barrow Golf. Ein 3-Mana-6-7er. Lifelink-Death-Touch. Ist halt broken-ass-shit. Und ja, wie gesagt, ihr bekommt das andere Deck-Tag. Seid ihr wollt es nicht. Aber ich glaube schon, dass ihr das wollt. Und es ist so gut. Es ist immer noch so stark. Immer noch das meistgespielte Deck. Und die Liste, die ich hier habe, hat sich insanely bewährt. Und der Metamorphos-Fanatic ist in meinen Augen gekommen, um zu bleiben. Es ist so eine schöne Karte. Und selbst wenn man ihn zieht und irgendwie discardet oder gecountert wird, und man dann einen durchbekommt, kriegt man den zweiten und den dritten und dann was dickes. Es ist so gut. Das ganze Deck ist so gut und macht so, so, so viel Spaß. Immer noch. Und jetzt auch noch fair, wo man Grief nicht mehr hat. Auch noch fair. Naja, so halb. Und deswegen auch einfach ein sehr spannendes Deck. Für alle Leute, die Legacy-affin sind. Wie gesagt, es ist nicht günstig. Für vier Underground Seas ist für andere Leute teilweise fast eine Jahresmiete. Seid ihr wohl in München? Und ja, dementsprechend, ich kann das verstehen, wenn das ein sehr teures Deck ist. Guckt euch um in eurer Umgebung, ob Leute Legacy spielen. Manchmal kann man sowas auch proxen. Oder auf Magic Online spielen. Kann ich immer wieder empfehlen. Ich verlose regelmäßig Playpoints auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Demnächst wahrscheinlich auch noch auf YouTube. Und ja, dementsprechend, Magic Online könnt ihr auch mal reinschauen. Das ist dann auch bezahlbarer im Vergleich. Man kann die Karte noch wieder verkaufen, um sein Geld wieder rauszuholen. Und ja, am Ende des Tages, mega gutes Deck. Schaut es euch an. Spielt es, wenn ihr die Chance habt. Ich freue mich, wenn ihr Spaß daran habt. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für alle Patrons. Leute, die mich finanziell monatlich unterstützen. Ab drei Euro könnt auch ihr mich unterstützen. Und die Leute tun das wirklich schon teilweise über ein Jahr. Was insane, insane cool ist für mich. Also, es hilft mir immens. Also, das ist eine wahnsinnige Hilfe für mich. Und ohne das könnte ich das schon lange nicht mehr machen, was ich hier tue. Bin ich ehrlich? Dann wäre ich schon lange eingeknickt und hätte wahrscheinlich aufgegeben. Und ihr würdet wahrscheinlich keine Videos, sehr viel weniger Videos oder qualitativ schlechtere Videos von mir bekommen. Dementsprechend vielen, vielen Dank an meine Patrons und natürlich auch an die YouTube Memberships. Denn ihr könnt auch bei YouTube einfach in die Membership unten reingehen. Mittlerweile gibt es einen Discord-Server für YouTube-Member und für Patrons, die nur für euch und mich und mein Team, also Team Blackie kommt da auch drauf. Und ja, da können wir auch sehr entspannt miteinander reden und dann auch sehr viel persönlicher als bei vielen anderen Gesprächen, die ich irgendwo in der Öffentlichkeit oder auf Instagram oder so führe. Und dementsprechend, wenn das was für euch ist, könnt ihr mal reinschauen. Und wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, Daumen nach oben, liken, abonnieren, auf Instagram, Twitter, Facebook, sonst wo folgen, auf Threads folgen. Das Video da auch verlinken, teilen, mit Freunden zeigen, die jetzt vielleicht gesagt haben, boah, ich höre auf mit Legacy, weil jetzt ist mein geliebter Grief gebannt und ich werde nie wieder Legacy spielen. Zeigt ihnen dieses Video, zeigt ihnen, wie cool Legacy immer noch ist und wie cool Reanimator noch immer ist. Das waren die letzten Worte und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacks8. Ciao, ciao.